Verwendungsanleitung Dielenkammer Der Voraushub wird in der Breite und der Länge eines Dielenkammer-Elements vorgenommen. Die Dielenkammer wird in den ca. 1 m tiefen Graben gestellt und durch Ausdrehen der Spindel gegen den Boden gepresst. Die Dielen werden in die Führung der Dielenkammer gestellt. Die Dielen können während des Aushubs durch den Baggerlöffel auf Tiefe gedrückt werden, oder durch einen Vibrationspair, vor dem Aushub in das Erdreich eingerüttelt. Abhängig vom Erddruck und Tiefe des Grabens, ist eine Einbindung der Bohlen im Erdreich oder Zusatzgurtung notwendig. Untertitelung des ZDF für funk, 2017